Ihr glaubt gar nicht, was ich hier in meinen Händen halte. Und zwar die niegelnagelneue Südafrika-Krügerandmünze. Die 2 Unzen Silber-Krügerandmünze aus Südafrika ist das wohl beliebteste Renditestück aller Krügerandmünzen, das ihr am Markt finden könnt. Nicht nur erschwinglich für jeden Anleger, denn zu diesem Einstiegspreis hat wohl jeder die Chance, sich eines der Stücke zu ergattern. Nein, über 100% Wertsteigerung innerhalb von nur drei Jahren. Denn die 2020er-Ausgabe kostet bereits über 500 Euro und ihr könnt euch jetzt eines der letzten Exemplare sichern. Diese Münze hier bleibt allerdings bei mir und ich freue mich, wenn du bald einer der stolzen 10.000 Besitzer bist dieser seltenen Münze. Hier geht es zu weiteren spannenden Gold- und Silberprodukten und ich freue mich auch, dich im nächsten Video zu sehen. Dein Dominik Kettner von Kettner Edelmetalle.